CoreGamerProduction Willkommen auf der Spieleseite der Macht Ist er nicht hier unten irgendwo? Ich gucke gerade Maybe hier Ja den hattest du eigentlich schon, aber das Spiel hat gesagt, nee hab ich nicht gefunden Spiel stand kaputt Kaputt Ja wie es halt so manchmal ist Wuppi Natürlich habe ich gerade keine Zeit Ich habe es übrigens heute bei Batman After Night direkt gemerkt, ein Woche nicht gezockt Sofort wieder aus dem Kampfsystem raus Sehr wohl Ja So natürlich der Knochenbrecher, Batman ist wieder am Start Irwin Und ist ja eh gespannt Ja Hat ja super funktioniert Wieso fällt mir dieses Lied ein Irgendwann mit dem Euro von dort Huuuut me Es ist so schlimm ey Teilweise was ich hier im Kopf kriege Ne Ich habe gerade super geil was zerstört alter Oho, kriegst nen Keks Okay Wo ist der Keks? Warte Ah den kriegst du Aber ich habe nicht gesagt wann Irgendwann Ist das nicht toll Meine Katze kommt Sie will spielen Katze nicht jetzt Später Wir fielen von Kontrollers Hast das schon Genau Wir lassen die Katze let's playen Zack Die let's play Katze Let's play Let's play Let's play Let's play Ich bin grad maximal konfusiert Hier ist nichts Also wird das unten sein Hoffe ich doch Oder ist das das Teil was wir noch nicht kriegen Nein 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 das war was anderes Kann jetzt natürlich sein dass das hier trotzdem dasselbe ist Ja da geht man ganz aufs Dach Ich gehe mal ganz aufs Dach Ah ich habe es schon gesehen Ich habe es Ne doch nicht das war die Lampe Das war grünes Licht Ah ich habe es schon gesehen Achtung Aufbasse Da Achso Easy as pie Na das sagst du jetzt nur so Das sag ich jetzt nur so Jetzt Ich suche wo alles gut Ja Einmal auf PC gespielt ist man direkt wieder verwöhnt Ja ne auf dem PC habe ich ja die selben Probleme Ja Schwie ist ich auch mit dem controller So ist es ja nicht Übrigens glaube ich muss mir bald einen neuen Xbox controller holen Ausgezeichnet Der macht so geile Faxen wie alle vier LEDs um dem Xbox Ring leuchten aber du kannst den controller ganz normal verwenden Und so nach einer halben Stunde bis Stunde schaltet er sich automatisch aus Ja dann kannst du erstmal fünf Minuten nichts dran machen dann schaltest du ihn wieder ein Alles normal Interessant Ja Treiber aktualisiert Ich glaube der hat ein Wack liegen Einfach zur Stromversorgung oder zum Bluetooth Adapter Irgendwie sowas Wie konnte ich das denn jetzt gerade übersehen Anders kann ich es mir nicht erklären Ach da war ich gar nicht Oh nein Das hat der gemacht in der Dumpfelsgasse Der hat angeklopft Manchmal hasse ich die Gegner Ja manchmal ist das zu langsam Ja zu langsam für mich So Nett dass wir uns unterhalten haben Meins Ja vier Stück füllen uns doch Von der Sorte ja Ja Sag ich doch Ich habe jetzt nichts anderes behauptet Hier oben werden wir ja noch nicht ohne Grund zurück gelassen haben Wobei doch werden wir Stimmt sie waren eben nicht drauf Okay dann hole ich mir die jetzt erstmal Das war ja der andere Abteil Das andere Abteil Von der Karte Wo wir die nicht bekommen hatten Richtig das war ganz oben Wir sind jetzt gerade in South Gofen wenn man so schön haben möchte Der Stadtteil heißt wirklich so Ja gleich ja Oh ich sehe schon wieder ein ganz schweres Also ich glaube wir sind in letzter Zeit echt verwöhnt was Total aufmerksam Ja Wir sehen nichts wir sagen nichts Und wir hören nichts Ja die denken sich Wir tun einfach so als wäre er nicht da So es haut uns nur auf die Fresse So siehts aus So will ichs machen als Krimineller Ist sie Batman? Ich sehe nicht Wenn er auf mich zukommt dann ist alles vorbei Aber egal Ohne Scheiß ich krieg die Szene aus Crank 2 nicht mal aus Wenn er das macht Ich sehe So jetzt haben wir da unten auch was in der Ecke Was was ich nicht mehr aus dem Kopf rauskriege Ne Willst du auf sie schießen? Was hast du damit vor? Willst du auf sie schießen? Nur wenn sie auf mich schießen Hoffentlich schießen sie auf mich Zombie Land Und äh Leonidas Krieg ich auch nicht mehr aus dem Kopf Äh von wegen hier Das kannst du ja auch auf alles anwenden Hast du keine Angst dass die dich rauswerfen? Bete dass die so dumm sind Bete dass wir so viel Glück haben Weiß nicht jetzt habe ich hier nen Schädel drin Hi dudes Oh ein ganz schweres weder Oh ja Du hast Glück Ich glaube das würde dich tierisch abnerven das Ding Inwiefern So ich hab da grad Seile gespannt wie du gesehen hast Achso das ist nicht den Monat über den Monat Richtig Ja aber das ist schwierig abzuschätzen wo Batman landet in diesem Teil Hier zum Beispiel Kannst du nicht mit B eigentlich einfach runter hingerissen Nee Dadurch ist das ein bisschen tricky weil du halt sehr schlecht abschätzen kannst Von wegen so wenn du von oben drauf guckst Bis jetzt über dem Sensor bin ich nicht über dem Sensor Was geht ab mit dem Sensor Das kannst du ganz schwer sagen Deswegen war das auch ne Dings die mich am Anfang so ein bisschen abgefuckt hat Wo ich es das erste mal durchgespielt habe Wuhu Wuhu Zehn von Zehn Jetzt ist da noch in der Ecke was Wo ist da in der Ecke? Da in der Ecke Oh ich glaube ich sehe es schon Ich glaube ich sehe es bereits Du glaubst es Aber ob du es genau weißt Nein doch nicht Das sehen sie in der nächsten Folge von X Factor Vielleicht Das ist auch so ne Säde die muss ich mir nochmal ab einziehen Aber die alten mit Jonathan Banks Franks Jonathan Banks war der Typ aus äh Michael Ne aus äh Prinz von Belair Auch Aber der Schauspieler der Mike äh Äh Bei mir auf dem Nachrichtenticker war das drin Der lebt jetzt zurückgezogen Der macht ja nichts mehr Ich bin momentan ein bisschen paralogisch So wie im Sofa und so Sooo damit haben wir das fertig So und das hier ist das einzigste Drogenlager was wir vorher hätten nicht holen können Okay In den Seinlauncher oder? Hey da Schockhandschuhe Die brauchen wir nämlich um hier das Gitter zu öffnen Naja klar Du bist auch schon Paranoid ne? Merkt das schon? Ja Es tut nicht gut dass ich so viel hier rum enge Ich verstehe schon So Wie noch ein Drogenlager übrig Haben wir eins vergessen? Wirklich? Ja möglich Erstmal der obligatorische Stufenanstieg Wie immer Wie üblich Komm hier nehmen wir dreifach Batterien Zack Jetzt können wir drei Stück auf einmal schmeißen Das muss man natürlich erst killen Batman ist vor Ort so doof das zu machen Ja er weiß sonst nicht wie Dann sagt ihm Alfred pass auf Du kannst jetzt drei Batterien auf einmal werfen Und dann sagt er wuuuuh Wie das konnte ich vorher nicht? Wieso denn nicht? Dann sagt Alfred weil du dumm bist Ah ok Alfred ist eigentlich Batman Das ergibt natürlich Sinn Denn Bruce Wayne ist eigentlich nur eine Mariette von Alfred Und Alfred will einfach nur die Welt beherrschen Aber erstmal hat er sich als dunkler Recher verkleidet Beziehungsweise Bruce muss geschickt Okay ich muss sagen Das ist der einzige Ort wo uns überhaupt noch Päckchen angezeigt werden Die war wahrscheinlich nicht kriegen Hier sind noch drei Ach genau in den Lacy Towers Dann gehen wir da als nächstes rein Will ich jetzt mal behaupten Mal eben quasi zu Ende machen hier Ja siehst du wollte ich dir noch erzählen Ähm Ich hatte das mal irgendwann kurz mit dir angeschnitten Dieses äh Diese Storyline wo Batman äh Durch die Zeit reist Ja Batman will beherrn Und quasi quasi als unsterblicher Geist immer wieder geboren wird Und dadurch äh Er ist in die Steinzeit zurückgeschickt worden Da wurde er dann angebetet und so eine Scheiße Äh war sehr konfus Übrigens ich weiß genau wo dieses Paket ist Das habe ich heute überholt Okay Und wenn du es äh gleich siehst Dann wirst du dir denken Was? Wieso haben wir das vergessen? Weil dicke Eier Ganz einfach Das ist die ultimative Begründung für alles Bei uns So Ne es ist einfach so ein Totschlag Argument Ja ich sehe schon Man läuft manchmal blind durch die Level Und man sieht es nicht Und dann denkt man sich Hey das musste ich gesehen haben Nein nein das war vorher nicht da Ich könnte schwören das war vorher nicht da Genauso wie mit dem Blitzen So geht es mir bei Tomb Raider So okay hier drin sind wir dann auch fertig Mehr gibt es hier nicht Das heißt wir haben jetzt noch zwei Datenpakete Die wir aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Karte gekriegt haben Es kann nicht an mangelnder Ausrüstung liegen Das heißt vielleicht dass es Ne die Bank ist hier nicht drauf Ein Bank Ne kein Bank Vielleicht kommen wir noch nicht dahin Noch nicht Ja weil es könnte ja sein dass hier auch wieder so ein Punkt ist Wo wir unteredisch zur Stadt kommen und so ein Scheiß Und da kommen wir halt noch nicht hin Weil wir den Eingang kennen wir noch nicht In dem Sinne So dann heißt es auf zum Diamond District Und das erste was ich da machen will ist Den Turm Hatten wir tödlicher Sturz am Jezebel Plaza nicht schon 15 Mal gemacht? Eigentlich schon ja Geht mal auf den Sack das Ding Den hatte ich einmal gemacht, den hattest du einmal gemacht Nein nochmal Was machst du denn nochmal einfach Einfach aus Protest Weil das Spiel sagt Ne das muss so sein Und Jungs wenn ihr das nicht 10.000 Mal gemacht habt Wenn ihr die Karte nicht verendetlicht habt Dann Macht ihr so oft bis ich das sage Dass ihr es immer gemacht habt So in dem Sinne Wenn der dabei nicht gestorben ist Dann verstehe ich die Welt nicht Ja Übrigens in Spider-Man Homecoming spielt ja auch Michael Keaton mit Und Michael Keaton ist einer der Ersten Batman Gewesen Nein er war der erste Batman der düster war Der düster war Weil Tim Burton hat ja Quasi die Vision eines dunklen Batmans gehabt Genau Das sieht man auch durchaus in der Charakterstellung Weil der Penguin zum Beispiel sieht aus wie ein Monster Das muss man wirklich so sagen Die Catwoman da ist alles andere als nett Und Ja Schön dass du auf gibst aber wir möchten dich gerne verhören Ach da war es doch Ich will das nicht hören das haben wir jetzt schon dreimal gehört So Ach guck eine Waffenlieferung haben wir auch noch hier oben Ach da unten waren auch ein Drogendingern Ah ok Ah jetzt verstehen wir uns jetzt verstehen wir uns Jetzt verstehen wir uns Und Murphys Killer has been apprehended Send over the evidence as well Consider it done sir Ja Von draußen geht Willy die Party los Ja natürlich Shit Shit Dich wollte ich zwar nicht aber hey Kommt denn eigentlich jetzt noch viel Story? Was? Von Story her? Nein Joke haben wir ja schon Eingebuchtet Ja Ich weiß gar nicht mehr wie viel da jetzt noch kommt Aber viel ist das nicht mehr Bane müssten wir ja noch schnappen Der ist ja noch quasi hinter uns her Ja klar Und wen noch Und hier diese Snake Also hier wie heißt die Ne Coppett haben wir Coppett haben wir Ja Ja Das war doch die alte die uns vergiftet hat Ja ja klar Die haben wir doch in so ein Truckding eingebaut Eingeschlossen Was auch immer Ach ja ich erinnere mich leise Und äh Deswegen Coppett haben wir schon weg Äh Garfield Linz Firefly Könnt man auch machen Ja Ich habe sie diese Nacht aus der Courier Und sie hinterher um die Stadt Wie der Boss fragte Ich war nur mit Orders So Damit haben wir jetzt Datenpaket 16 drauf Hier ganz in der Nähe ist ein Pinguinlager Dann machen wir das mal eben Ich glaube dann haben wir das Pinguin Ding auch fettig Möglich Ist sehr lustig Weil ich habe die jetzt bei mir im Privatspiel stand Habe ich jetzt einfach immer alles nach der Reihe direkt weg gemacht War oh lustig Dadurch wirkt die Karte immer so leer Und ich weiß nicht wie in jedem Batman Teil geben mir diese Schilds Oh schon mal auf den Kopf Auf den Kopf Ja die sind eigentlich relativ viel Das liegt aber glaube ich bei mir auch da dran Dass ich schon zu lange drin bin im Cupsystem Ich meine ich zocke das jetzt vier Teile schon Und äh die Schildaffen sind echt das kleinere Übel Da waren die Titanen aus Arkham City und Arkham Asylum Wann da viel schlimmer Ja klar Ja Wie auch immer so Wachen Pinguin gesucht am Beschlossenen Wuhuuu Ja Wie auch immer so So ich haben wir schon wieder eine Wayne Tech Verbesserung Interessiert mich nicht Ich will lieber das Datenpaket Was kam ich denn hier rein? Mit Fliegen? Ja da musstest du es nehmen oder? Mit Deifen? Ja doch musst du es nehmen oder? Nein musst du nicht Seil Launcher ja Ja Ich habe es gerade auch gesehen Ja ne aber ich finde DC schafft es irgendwie nicht mit ihrem Universe alles irgendwie aufzubauen Ne Ich sag ja auch Wonder Woman war jetzt auch nicht so geil Ne Keine Ahnung da hat sich Marvel schon halt einen strategischen guten Punkt ausgesucht wie ihr Cinematiker gehört Und man muss natürlich sagen bei Marvel wirkt es weniger gezwungen Ja weil sie auch ziemlich viele Jahre immer zwischen den Filmen durch haben Musst du überlegen die haben das jetzt schon fast über zwölf Jahre durchgehend geplant Ja aber das hat ja vom ersten Moment an hat es geklappt Ja klar So und bei Marvel kam halt irgendwann die Idee auf und irgendwie wirkt es bei DC so wir müssen sowas jetzt auch machen Ja klar Und dadurch dass sie halt das so handhaben ist das nicht so gut Ich finde natürlich die Cameos von Stan Lee schon cool ne In den ersten Teilen waren sie halt ein bisschen halt im Hintergrund Und du merkst ja auch schon hier jetzt bei Homecoming hat er jetzt mehr Screentime bekommen Also mehr Fläche und mehr Sitze Finde ich ganz lustig eingebaut teilweise Natürlich Stan Lee ne Ich glaube wenn der einmal stirbt Da wird es die ganze Gemeinschaft durch Ja da ist doch jetzt letztens schon was passiert Die Frau ist doch gestorben Ja ja klar Ja der ist auch Der ist schon über 80 Der müsste an die 90 jetzt rankommen langsam Er ist die ganze Turnier Die cheat Nerven Ich finde es nicht auch schon mal öfters schon gut erklärt Weil er sich mal ein paar Jahre nicht geblickt hat im Öffentlichen Da kam Neuer Film Nein Jungs ich bin nicht tot Alles gut Gott sei Dank, es wurde gezählt. Wo ist der andere Ficker? Ach, fickt euch doch. Du bist gleich tot, ich bin dummisch tot. War sehr scheiße geplant von mir, aber das Spiel ist gerade auch abgestürzt, glaube ich. Nein, es ist nicht, er ist speichert. Ich finde die Lache von ihm geil. Wie dem auch sei, wir sagen dann an dieser sensationellen Stelle, see you guys. Und schaltet wieder an, wenn es weitergeht mit Batman Arkham Knight. Arkham Origins. 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 Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below. Like as die die der Vielen Dank.